moin ihr freunde des römer topf heute habe ich wieder ein knaller gericht für euch dabei und zwar ein tortellini auflauf im one pot style tortellini sind schon seit meiner frühsten kindheit mein lieblings essen deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf und deswegen legen wir jetzt schnell los so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.